ja meine freunde willkommen zu einem neuen let's play mit mir den smile und neuer frisur hab's mir extra heute mal zum friseur gegangen dachte mir lohnt sich mal für ein neues let's play aber dieses mal ist es ein komplett es ist ein horrorspiel habe ich so auf youtube gefunden und dachte mir ich muss das unbedingt mal spielen und let's play das sind so viele leute die das erfunden hat okay aus der original Idee ist ja scott war ja klar auch egal also continue game ich habe keinen plan wie das spiel aufgebaut ist ich habe nur all gesehen dass das spiel ganz krass aussieht nur ich habe kein plan wie man das schwingt und das ist wieder dasselbe der sieht mir nicht aus dem pokémon sondern wie freddie fahrt werden noch der feinheit der pokémon zu lieben es lügt was ich muss die kamera etwas weiter weg stellen sorry weil bestimmt muss ich hier irgendwas wieder betätigen dass ich bestimmt oder nette uhr und so ganz gesehen ganz nette Uhr ich hoffe man benötigt nicht die tasten ich habe nämlich nur ahnung wie man das spiel hat also wir sind ja das regt euch nicht auf wenn ich einfach mal wieder so oft gejumpscared werde man braucht die zahl oh man kann sie in der dunkelheit sein wofür die scheiße ja jetzt komm schon wie hallo willkommen imprison eram three pokémon w never Oh mein Gott ... First I will give you some recommendations for you to be comfortable with your new job. Well, your tour goes up to 6 am. If you arrive at that hour, well, you know... Haha, to sleep and all that um ... I'm not saying anything. Surely you know that there are Pongatronics, Animatronics in shape of Pokemon. Ist das freddy? Ist das freddy? Oh du scheiße! WTF? Wait, wait. attracting both time laughing is the fact that you have to be seated all night, as well. they will identify you and their scoletton with oustave and they will try to program the Hoş Was? 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 Was zur Hölle hab ich ge... Oh, komm schon, ernsthaft. Oh, lass mich raten. Freddy, komm. Ja, wer hätte das gedacht? Und Freddy, komm. Komm einfach. Ich hab Scheiße gebaut, indem ich irgendwas gedrückt hab, was ich nicht gecheckt hab. Ich hab keine Angst vor dir, Freddy. What? Fick dich, Freddy! Fick dich! Scheiße, ich hab doch Angst bekommen. Fuck you, Freddy. Fuck you. Alter, was hat das denn für ein Jumpscare? Okay, nix... Dieses Mal fass ich nichts an. Dieses Mal mach ich einfach ganz normal. Was ist das mit der Power? So viel Power, nur ein paar Sekunden zu verschwenden, das ist doch dämlich. Das ist wirklich stämlich, ey. Ich bin der Beste. Ich find da irgendwas heraus, wo man die ganze Energie verlieren kann. Ach, klasse Spiel, ey. Ich konnte nicht mal bis drei Uhr überleben. Komm schon, ey. Das Spiel will mich verarschen, ey. Das Spiel will mich einfach verarschen. Also, dieser Let's Play-Stoff war gerade gar nicht... Okay, ich hab mich einfach wegen... ...Vittered Freddy, glaube ich, erschreckt. Ich weiß nicht. Dieses Mal passe ich nichts mehr an. Die Länge-Länge-Länge-Länge-Länge-Länge-Länge. Jetzt klingeln. Wir haben so viel vom... ...Mute-Call. der weg der wir überhaupt nicht aus wie das definitiv freddie fahrt der das sieht man sogar nicht als treu für die menschen das sieht man sogar schaust im pokémon der hat mich gejumpscapt der nichts mehr was wie ist das aufgebaut scheiße hier ist eine abkürzung für menge oder was es auch immer zu einer 1 diesmal drückt nicht auf power drückt niemals auf power wenn ihr eure ganze energie verschwenden wollen und das kämmer dass er sterben zu sein drückt auch meine kinder seltsame musik muss ich gefällt mir irgendwie klingt friedlich aber auch gleichzeitig verlassen das 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 Eingang. Warte mal. Wofür die Türen, wenn man eine Maske hat? Er sollte den Ton wieder etwas runterschalten, weil diese Maskengeräusche und die Kamerageräusche sind saumäßig laut. Ah, der ist noch da. Die ist noch da, oder? Ich glaube die hier. Mix. Mix, es ist immer noch 1 Uhr. Und bislang ist nicht zirkisch passiert, oder? Ach, Freddy. Du kannst mich mal hier in diesem Spiel. Kannst mich wirklich mal. Ich hatte gedacht, bei 500 Fredys 2 mindestens, dass sie so... Das wird als Freddy Fazbear so agiert. Also der alte Freddy. The Wizard Freddy. Das wenn ihr... wenn da so die... Die Taschenlammenergie auf 0 fällt, dass er plötzlich so, dass es dort im Gang steht und diesen Scheiß macht. Aber das macht er nicht. Oh, 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 oh. Die Musikbox entleert sich. Das bedeutet, es fängt langsam an. Okay. Was? Wieso darf ich nicht... Was hilft mir? Diese Erleuchtung. Was hilft mir das? Sag mir mal. Das hilft mir. Da kann man nichts nehmen. Nichts sehen. Oh, du Scheiße. Oh, du Scheiße. Oh, du Scheiße. Oh, ich bin nicht. Warte, 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 was? Was, war da was? Nein. Es ist nur so ein Bildfakt. Oh, du Scheiße. Oh, du Scheiße. Oh, hi. Hi, du bist nett. Wie hier ist so ein Animatronik namens Golden Freddy, ey. Da bringe ich diesen Spinnemacher auf der Schrank. Okay. Okay. Zwei, drei Minuten dauert eine Stunde hier. Bei meinem Spiel dauert nur eine Minute eine Stunde. Eine Stunde eine Minute. Wieso gerät jede Kamera mit einem Defekt? Oh, shit. Oh, shit. Wir kommen näher. Oh, shit. Mir gefällt das gar nicht bei 3 Uhr 68%. Okay, das ist nicht so. Einfach nur noch 30%. Ach, du scheiße. Hi. Was willst du? Geh weg. Oh, du scheiße, ey. Der macht dasselbe wie Freddy. Aus Thailand, ey. Ach, du scheiße. Jetzt verstehe ich, warum das Spiel... Das ist nicht so von so vielen Netzfairen gemacht wurde. Das ist total die Nachmache. Obwohl, man kann niemals so ein eigenes Five Nights Freddy's Spiel entwickeln. Also Fanspiel entwickeln, ohne dazu zu schreiben, dass die Idee von Scott ist. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, hier ist sie. Oh, nein. Oh, nein. Oh, das sieht lustig aus. Dring, dring. Leute, wo war der nochmal? Hier nicht. Hier nicht. Freddy. Freddy, hier bist du. Die Küche. Wieso kann ich zur Küche schauen? Hm. Ist ja am Fanspiel. Da ist es egal, wo man hin. Oh, du scheiße. Oh, du scheiße. Oh, du scheiße. Oh, du scheiße. Ist hier jemand? Ist hier... Oh, du scheiße. Da kommt jemand. Es wird gleich Eisenbahnen hier, ist es die Tür zuzumachen. Oh, Toy Bunny, ey. Toy Bunny. Right Hall. West. Left Hall. Dining Room. Pirate Dining Room. Okay, privater Essaum. Woah. Shit. Alter. Immer noch da. Immer noch da. Oh, oh. Oh. Oh shit, oh shit. Was zum... Was zum... Fick. Ach du heiliges. Erste Mal noch hier. Erste Mal noch hier. Geh weg Toy Freddy. Geh weeg. Fleisch, 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 Fleisch. Ja genau, verkackt. Verkackt mich. Wehe, er jumpscapt mich randomly. Ich bring den um. Wehe jumpscare, wehe jumpscare, wehe jumpscare, wehe jumpscare. Was das Spiel ergibt? Ist unlogisch. Hä? Bist du werde ich nicht gejumpscared? Ich war so mit der Reaktion am Arsch. Ich bin wohl nicht mehr auf Five Nights Freddy's. Zwei gewöhnt. Warte, warte. Zoom in den Kameras. Zoom in den Kameras. Freddy, 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 Freddy. Oh, da bist du Freddy. Bist du immer noch nicht weg? Ey, die entzieht mir bald die alle... ...den kompletten Saft. Könntest du mal bitte weggehen? Du jumpscare-verrücktes Huhn. Oh, da kommt die auch noch dazu. Wir feiern alles ein tolles Fest. Oh nein. Das kann doch nicht wirklich sein. Oh, endlich, sie ist weg. 30... Äh, immer noch nicht 30% um 5 Uhr. Das läuft richtig gut. Ernsthaft? Bist du schon weg? Schnelles Ding. Respekt. Hi. Warte. Warte. nach zwei könnte ich das noch reinschieben beim ersten mal war schon dumm fehler gemacht aber und wie lange eine nacht hier dauert schul steh ich mir erwartet schon auf die uhrzeit zehn minuten schul schalter schul zehn minuten eine nacht nicht normal ich glaube ich beende das letzte hier ich beende das letzte definitiv hier also vielen dank dass wir zugeschaut hat morgen gibt es einen weiteren part und vielleicht wird morgen definitiv wird morgen samstag morgen wird ein weiterer part kam jetzt halt die fresse von geil warte der mit karl kam aber es wurde nicht mal aufgenommen egal jetzt egal ignoriert das ist also ich hoffe euch hat das letzte gefallen mit mir dem smile und wir sehen uns morgen meine nächste episode von pokémon obwohl ich diese fernsehserie so gehasst habe also katt power 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 ich habe den buch was ich habe den buch oder heiliger mit was soll aber das denn pappet so haben wir aussehen pokémon dass wir so bekannten folgern diese komische lila geister vielleicht mit der schafften bild einzublenden oder so dieser lila geist dort auch mit diesen krallen und die hände so aussehen mit krallen aber nicht an den körper gebunden sind fliegen können und so alles und also schaffe ich glaube ich nicht ob sie zehn hatten ich weiß es nicht mehr ich habe pokémon nie geschaut werde es nicht schauen hast du es eigentlich immer noch wirklich pokémon auch egal also tschau